Hallo meine Lieben, heute lernen wir das Warm-up, was ich in meine Jazz-Stunden anbiete und wir lernen das Teil für Teil und wir fangen jetzt mit dem ersten Teil an. Langsam Step by Step. Wir gehen nach rechts mit Step-Touch, rechte Schulter kreisen, eins, zwei, nach links, drei, vier, jetzt Schulter kreisen, fünf, sechs, sieben und schließen mit der linken Schulter zur Front. Jetzt, rechtes Bein fängt an, eins, zwei, drei, vier, Step-Touch, Shampoo, fünf, sechs, sieben, acht, alles nach links, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Linker Fuß, eins, zwei, drei, vier, Step-Touch, fünf, sechs, sieben, acht. Ellenbogen, eins, zwei, ganze Arm verschrauben, drei, vier, linker Arm, fünf, sechs, sieben, acht. Nacheinander und eins und zwei und drei und vier, Lasso, fünf, sechs, sieben, acht. Beim Lasso müsst ihr darauf achten, dass ihr einmal Schritt zur Seite macht, dann einmal wenden, bounce, nicht die Ferse absetzen und wieder zurück. Und wenn wir nach rechts gehen, nehmen wir auch den rechten Arm und einmal öffnen, Kapuze anziehen und Kapuze wieder ausziehen, wieder zurückkommen. Das Ganze nach links. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nacheinander und eins und zwei und drei und vier und fünf. Bounce und wieder zurück. Acht. Das machen wir jetzt einmal mit Musik. Langsam. Achtung. Sechs, sieben, nach rechts. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Rechter Fuß, fünf, sechs, sieben, acht. Rechter Fuß, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und schließen. Linker Fuß, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und schließen. Und nacheinander. Und nacheinander. Und nach rechts. Und eins und zwei und drei und vier, fünf, sechs, sieben und schließen. Und nach links. Und eins und zwei und drei und vier, fünf, sechs, sieben und schließen. Und nacheinander. Und eins und zwei und drei und vier. Lass uns. Fünf, sechs, sieben und acht. So, jetzt machen wir den ersten Teil mit Musik ein bisschen schneller und wer sich sicher fühlt, kann gerne zur Musik euerweil auch das bisschen schneller durchtanzen. Okay? Viel Spaß. Geht los. Und nach links. Und eins und zwei und drei und vier, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Und links. Und rechts. Und rechts. Und rechts. Und rechts. Department. Und rechts. Und rechts. Und links. Und eins, und zwei, und drei, und vier, fünf, sechs, sieben, acht, fünf, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und eins, und zwei, und drei, und vier, fünf, sechs, sieben, acht. Viel Spaß beim Aufwärmen, Teil 1, und wir sehen uns beim Teil 2 wieder. Bis dann!